ist weg in die endlosen weicht tiefe er nicht weiten tiefen das unterschied ich habe doch ein inventar dabei warum mache ich mir die probleme ach siehst du weil sie schon zustand er brauchen kann für größere backpacks ich weiß aber noch gar nicht wie man die anderen backpacks macht ich habe schon die ausprobieren die andere ich noch das reicht aber hier ist habe ich hier hier gutes mal was ich hier gesammelt hat mit kurzer zeit das ist echt krass ist wie viel eis man sammeln kann mich frei liegt dabei das ist hier überall so ein abgrund so hier aus dem wald kam ich raus und dann muss ich wahrscheinlich hier irgendwo dass die wüste ja und dann müsste ich glaube ich hier lang mit unserem kommen kommen richtig ich wette ich vor kack es jetzt total race mini wird wer schon ganz nice bei sowas bei solchen veganischen entfernung aber man kann ja auch sein gehirn ein wenig anstrengend wenn ich jetzt war kacke dann dürfte mir den satz übrigens ewig ewig nachtragen das gesicht so grün anstrengend dann kriegst du hin boah krass ich weiß noch am anfang wo ich angefangen habe mit minecraft let's play also man kann ja auch sagen ich habe einfach mit let's play bei mir war es ja nicht so wie bei anderen die war das minecraft let's play das erste let's play wasch begonnen hat was sich auch daran äußert dass minecraft am anfang die ersten paar folgen wirklich grotzig ist ich habe da vorher zu hause so ein paar aufnahmen gemacht und naiv wie ich bin war und immer sein werde habe ich natürlich gedacht auch ja klingt eigentlich gar nicht so schlecht hab's hochgeladen dachte mir damals gut es geht eigentlich wenn ich heute reingucken die ersten zwölf aufnahmen achten scheiße wie konnte ich sowas abliefern ja und ich weiß doch wie wir da wirklich die ersten folgen wie ich irgendwie spaß ins display reinbringen wollte weil ich nicht beigelaufen ok weil ich nicht wusste wie ich es machen soll dann angefangen habe ständig in akzenten zu reden weil ich akzente lustig fand zu der zeit und ich fand das total geil einfach nur ich da angefangen habe immer im akzent zu hier alles klar und durch das eis gesammelt habe warum machen wir uns keinen eisschacht hier runter wenn er natürlich immer noch mal mit koppel verkleidet wird aber so von außen so aus eis ist doch auch mal was nettes dann kann man schon fleiten drauf ich leite auf meinem und von außen sieht man es nicht mal so ich glaube auf nichts so kann ich nicht sehen wo ich ihn baue das ist doof dann kann ich einfach eis komplett auffüllen hoch und kann es dann abhaken wieder mit der hacke weil es passiert im eis ja nichts du kann ich ganz schnell ist geil dass ich sehe was da unten am boden ist nice so dann machen wir mal hier so ein bisschen auftauchen kurz jetzt succ so un plack 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 ноuinen Eisstabe hoph 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 hopp hopp und hopp einziges problem ich komme nur aber ich kann mich ja im never eh dann äh quatsch im elfen never ich kann mich ja im end dann eh nach hause beam einfach muss auch fast ich nichts anderes kaputt mache ob es genau das meinte ich so ah ouch nochmals hochbauen es sieht noch extrem gut aus die hacke das sieht ja auch geil aus oh ähm uh gerade so ich könnte natürlich auch moment sooo sooo aua dann kommt das ja das weg das kommt weg und das da kommt noch weg und dann geht's weiter hier 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 da da warum nicht aber mal aufstieg mit abstieg und dann kann ich hier noch moment das wird also das wird glaube ich sogar ganz cool aus im endeffekt da da erkennt man mich da erkennt man mich so so 20 sollten wir eine umrundung reichen schön dass ich jetzt drüber komme ohne auf die fresse zu fliegen das gefällt mir das das macht so viel spaß über das eis zu sliten so wie und noch vier aber die kann ich doch kann ich eventuell so anbringen ich mag das ich mag den ich mag den film ich mag das lied einfach alles schön so fertig und so leider ist wieder hier wunderschön natürlich hier drinnen einfach mal so ein bisschen mit so ach so ist der mutsamkeitsspitz ach siehst du das ist die mutsamkeit die haben wir noch gar nicht benutzt gehabt deswegen waren die noch so intakt naja sieht natürlich nicht so gut aus ne ne wo hab ich mich runtergekrabben hä wo hab ich mich denn hier runtergekrabben das wundert mich gerade ich zeig mir nicht ich das ist ja natürlich jetzt voll der feld wenn ich in der falschen kopie wäre ah das wäre natürlich also das wäre jetzt nochmal gegen enderdrachen schnell kämpfen oder wie hier ich kann gar nicht kann ich in der falschen kopie sein ich hatte hier den spawner ich habe in der letzten folge natürlich ah ne in der letzten folge war ich in der richtigen kopie und ich hab den spawner also kann ich muss ich theoretisch in der richtigen kopie sein ich bin zu weit aber auch nicht schlimm ich habe keine ahnung ich habe hier mal rum oh ich bin richtig ne ich bin richtig ja fall ich hier runter ne ne ich bin vollkommen richtig lalalalo weiß zwar nicht warum er kein eingang mehr war aber äh so wo war das ding hallo ach da drüben wo ist das ei denn ei 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 ähm pisten blup ei yay und man muss es enderstone mitnehmen warum nicht kann man mal so ein stack mitnehmen und gucken wozu man den braucht dann sieht auf jeden fall nicht schlecht aus da kann man eventuell so reichere gebäude wenn man wirklich mal so ein palast oder so machen kann man enderstone so als fliesen nehmen als mosaik das sieht sicher richtig gut aus im honeyprojecture pack ja erz oder so das findet man ja hier am ende nicht das ist schade ja natürlich cool wenn du hier im ende so ein spezielles erz finden würdest noch das würde den end auch im nachhinein wenn man den gegner besiegt hätte noch ein bisschen attraktiver gestalten ansonsten ansonsten ja naja so hier noch ein bisschen da noch ein bisschen mein inventar scheint wieder voll zu sein ja so dann nehmen wir hier alles mit gut dann würde ich sagen meine freunde oh sehen wir ja ja komm schon komm ruhig her ja ja ist schon okay sehen wir uns an dieser stelle dann gleich wieder ich mache hier eine kurze aufnahme pause trinkt was und muss noch was erledigen und dann ich würde mich ganz kurz hier rein äh dann ja schon muss man mal schauen vielleicht nehmen wir hier auch vielleicht brauchen wir uns hier auch so ein kleines endhaus rein ist zwar ein bisschen unnötig aber muss man mal schauen wir was machen so äh das kann ich wegschmeißen was weniger wertvoll ist hier kommen zwei Stacks kann weg ja bis gleich tschüss tja und hallo und zurück und willkommen da sind wir wieder und ja ich brauche mir gerade noch mal ein bisschen obsidian ab wir sind ja einmal hier drin und würde sagen für zwei enderthronen können wir uns ruhig mal was mitnehmen da können wir noch irgendwo zwei enderthronen platzieren ist auch nicht schlecht f4 geht aber ganz schön gut im eine zwei würde es bacon würde es natürlich wesentlich geiler gehen es würde da mal gehen bbbb und bbb oder ein f5 hack ne f5 hack ist richtig geil also effizienz ich habe das abgekürzt nicht dass ich immer wunderte was will der eigentlich ne spaß für dich spaß so und ich habe auch 16 passt perfekt cool so komm du mal her und kommt ihr mal alle her da hinten und du und du und da hinten noch ein paar ja genau kommt einfach alle her ja passt schon kommt einfach alle her ja passt schon ja ja kommt alle her ja ja kommt alle her genau das möchte ich doch genau auch du ähm achso da ist noch einer und da ist auch noch einer oh mein Gott und da ja 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 braucht ein bisschen länger dann kann ich rauskommen unbeschadet und mir die xp schnappen oh hier Das levelt ja ohne Ende So Level 6 schon Versuch ein Aufwand, ne? Passt eigentlich Kommt alle her, kommt alle her Kommt alle her, ihr auch da oben Ja, ja, kommt Ja, und ich hol mich gleich mal ein paar Enderperren für uns Hör mal, hier sind ja immer alles, was wir kriegen können mit Level, Enderperren, Endstone Das Zeug hier Alles wird mitgenommen Ach da, hallo Hallo, bleibst du mal wo du bist? Hat jemand da lautet aufzumucken? Ne, glaub nicht Und immer noch ist er da Sportfreund Blaser Genau Auf Wiedersehen